Ja, Heinrich, alles klar? Ja, hier auch soweit schönes Wetter. Ich bin gerade echt noch am überlegen, ob ich rausgehen soll, vielleicht auch noch ein bisschen spazieren gehen. Ja, gut, ich habe es eigentlich nachts schickt, aber die nächste ist ausgefallen, weil ich da auf dem Konzert war, da habe ich mir frei genommen und heute Nachmittag kam der Firmenlauf, dann abends muss ich noch mal ran. Aber gut, dass ich nächste Woche komme ich dann in die Spätschicht, von daher ist das ganze Semester schlimm. Aber den Echnern überlegen, ob ich jetzt auch noch so rausgehen soll, weil ich kann mit der Sonne und dem Ganzen nachkommen, aber auch gemütlich spazieren. Aber wenn ich heute Abend oder heute Nachmittag noch die Firmen aufmachen, dann sollte ich vielleicht auch wieder fit sein, habe ich. Ja, ich bin heute in die Unterportale noch mal zurück. Ja, man soll eigentlich die schönen Kleine noch genießen, ich weiß nicht, wie lange es heute noch so bleibt. Ja, ich bin heute Abend. Die Meldung ist schon wieder wund, dass ich es verändern soll, aber wir wollen mal gucken. Womit ist es nur Wut und dann wollen wir uns noch die Beklagen. Aber ich hoffe, dass die Händigkeit noch so ausnutzen wird, auch schlecht wird und genießen, wenn man die letzten Sonsten dann mitnimmt. Ja, die Geräte schafft hier auch wie doof, laut Anzeige ein IC 92, von einkommen, genau. Und da kenne ich mich leider noch nicht so gut mit dem Gerät aus. Zweitens, bei Stundes damit kann man da irgendwas, mit der Modulatung, kann man da noch irgendwelche Tiefen oder Höhen, kann man da irgendwas verstellen. Ja, das muss ja nicht werden. Also ehrlich so viel wie ich weiß, kann man da glaube ich an den Höhen und Tiefen nicht darstellen, aber ich glaube es zumindest nicht. Ich habe es schon ein bisschen noch nie gemacht und alle sagen, die mit mir sprechende Simulation ist gut. Von deiner Seite ist die Simulation auch gut, davon bist du noch ein bisschen verklötter. Ich weiß nicht, ob du ein Problem hast zum Relais. Ich habe zum Beispiel hier meinen eigenen Hotspot und den Abbereiter habe ich darüber und das geht noch nicht ganz gut. Und bevor wir zurück. Ja, also ja, weil hier noch ein Funkgerät und das exakte Näh, das stehen wir in den Nachbarn auf. Hier, in der 5 bis maximal 10 Näh, ist der Einstieg hier weg und da wird das zunächst auch noch ein CMR-Einstieg in der Nähe kommen. Ja, da bin ich Ihnen nebenbei gerade auch noch dabei, das ist sicher. Ich habe mir jetzt am Anfang bei einer Baseball, wo ich das Gerät geholt habe, dass vor allem da eine relativ Neurolle rauskam. Und ja, der war aber ein bisschen umkreis, nett hier zu machen, das war ja auch schlechter als recht. Und über Reflektionen, das war ja bei Baseball, aber über Reflektionen funktioniert. Okay. Okay. Vielen Dank.